Fußball wird zu morose.de Er hat mir schon einige Warnungen gezeigt, was er gerade ist, der Gentleman, Siva Natschürn, Gabbau! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. BG, der offizielle Fußballzauberer des FC Schalke 04. So, und wir haben hier heute schon ein paar Reportversuche gesehen. Einer hat für ihn geklappt, ein paar 34 Mal. Aus den Schwamm in den Nacken. Vom Nacken zurück in den Schwamm. Einer Minute. Und er probiert jetzt einen neuen Rekord aus. Und ganz kurz, das ist mal vorm Anzieher. Das wäre am einfachsten, was ich dir erzähle, wenn du es einfach zeigen kannst. Wie ist die Cross-Over-Meterrasse, der Sina? Nicht? Aber ich soll in meinem Plan stehen. Was machst du denn? Fußrücken-Jonglage. Mach ich morgens auch mal direkt nach dem Aufstehen, mit der Bammzehle, putzen erstmal eine Runde. Fußrücken-Jonglage für den, der es kann. Er kann es, Sina. Also, ruhig der Rekord in den Augenblick. Er liegt bei 14. Er muss weiter die Reisung von mir aufgeschrieben. Okay, und den willst du jetzt neu einstellen? Schalke-Publikum kann ich bis zu allen Antriebern. Natürlich Schassenkrieg nicht nur, aber es ist möglich. Okay, das heißt, ihr braucht eure Unterstützung, vor allem müssen wir mitnehmen. Also, Fußrücken-Jonglage. 1, 2, 3, 4, 5, und so weiter. In einer Minute. Are you ready, ladies and gentlemen? Let's get ready to rumble! Sina, Öztürk. 5, 4, 3, 2, 1, las kommen! 4, 3, 4, 5, 3, 1, las kommen! Das ist die gute Frage. Was ist die Füße? Nein, das richtig. Das ist die Witz. Ja, füße das Witz. Mal sehen wir? Witz! Wie ist das Witz? Natürlich. Aktiert werden, doch die Witz! Sie wissen, dass die Witz ist die Witz! Das ist die Witz! Schuss! Ganz am Ende. Haben Sie mitgezählt? Hat nicht ganz gereicht, aber der Tag ist noch mal. Ich würde sagen, Leute, also, na, Sina und Öztürk, der offizielle Fußball-Menturfe des FC Schalke! Gut hier! Schalke! Gut hier! Schalke! Gut hier! Sina, vielen Dank und ihr habt eine Runde.